Es ist meistens so, dass wir verschiedene Einheiten haben, die Leute drängen immer ihre Kanonen mit. Dann gibt es doch mal Ausfälle, wo dann Leute dann doch kurz vor sich absagen müssen, aus welchen Gründen auch immer und dann dürfen wir vorab über den Trill, das ist dann auch der Einstieg. Okay. 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 Ich möchte jetzt runterfahren. Und das Schlossduch jetzt raus. Gut. Er hat noch so eine Klappe gesagt. Gut. Ich fahre wieder runter. Ja. Ich fahre mit Gott, aber fahre es. Ja, ich fahre es. Ich fahre. No. Bro. So. Oh, schau. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020